Wenn mich mein Herz auch verurteilt, wegen diesem oder jenem, dann darf ich mir in diesem Augenblick sicher sein. Gott vergibt mir gerade jetzt, weil sein Wesen Güte ist, weil er unser Herz und unsere Gedanken kennt, weil er größer ist als unser Herz und mehr vermag, als wir uns ausdenken können. Gott ist gut, bedingungslos, auch für mich. Ich nehme das jetzt mit Gewissheit an, für jede Situation meines Lebens. Ich nehme seine Güte ganz konkret für mich in Anspruch. Und wenn ich Erleichterung spüre, dann ist das ein wundervoller Grund, Gott zu loben. Denn er ist gut. Gott so gerne. Gott so gerne. Untertitelung. BR 2018